Der wirft mit Zahnrädern nach uns, ich glaub's ja nicht. Der wirft mit Zahnrädern. Der wirft mit Zahnrädern. Der wirft mit Zahnrädern. Shadow, Schwart, Light Armor. Das zieht Vitality und alles ab. Das ist auch wieder eine Light Mail. Noch ein Herz. Oh. Hm. Hm. Okay, ich muss mich heilen. Ich seh es ein, ich muss mich heilen. Puh. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier Ruhe habe oder ob hier irgendwo noch wer rumgeistert. Da war ein Durchbruch, da war nichts. Okay. So, euch hatte ich vorhin noch gehört und das war es dann auch schon oder? Ja. Hm. Mmh. All right. Also ja, was ich ausprobieren könnte. Nö. Das hat nichts gebracht. Mh. Hm. Achso, das portet mich hier raus. Das portet mich hier raus. Okay. Ich habe aber auf jeden Fall was rattern gehört. So, damit wäre auch die abgehakt. Das heißt, ich habe jetzt zwei, vier von sieben Liches getötet. Au. Nochmal au. Ein Secret. Wethorn Blade. Hat auf jeden Fall höhere Attack Power. Accuracy plus zehn. Ist nur etwas langsam, aber das macht ja nichts. Athletics bringt nichts. Lifestyle. Hast du bestimmt schon, ja. Shadow Armor. Bringt auch nichts. Eine Restoration Potion. Die kommt mal mit. Damit wird das hier auch erledigt. Als nächstes müsste ich hier hin. Das heißt, ich müsste hier hoch. Da hoch. Da geht's runter. Da geht's hoch. Da muss ich hoch. Dann komme ich hier raus und muss den ganzen Weg zurück. Okay. Okay. Dom, 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 Dom. 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 Ja, irgendwas ist da garantiert noch drin. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn ich von oben runter falle, dass ich's lernen werde. Erstmal will ich aber... Ja. Hier durch. Genau hier. Hier sind ja auch noch jede Menge Säcke mit Schmarrn drin. Mann, wenn man sich überlegt, hier hat alles angefangen fast. Besser gesagt, hier hat alles angefangen. Das hier ist König Torums Grab. Es ist aber kein Out of Light. So, ich muss hier wieder rum. Ja, das war auch ein hübscher Wisp-Schiff. Durch den kann ich nicht sehen, was hinter der Eisentür ist. Ja. Okay. Ich kenne den Weg noch einigermaßen, hoffe ich. Was sagen jetzt eigentlich unsere Statistik? Ja, 31 Secrets, die uns noch fehlen würden. Damit kann ich ich ehrlich gesagt leben. Da war der erste blaue Kristall. So. So. Da muss ich hier rum, hier rum. So. Das selbe Spiel wie immer. Ja, irgendwelche Pets warten hier auf mich. Ein großer Teleporter, okay. Oh, das ist hier. Okay. 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 So, wir kam los. Wir müssen aufpassen, das ich nicht einkesselt werde. Okay, der ist tot. Genau, beballert richtig gegenseitig. Da habe ich auch nichts dagegen. Das wiederum ist blöd. Ganz ehrlich. Leben und Energie mache ich jetzt nicht rum. Das war der falsche Zauber, das war der richtige. Und da hinten ist noch ein Zombie. Next Step. Ich habe vergessen, die sind antimagisch. So, das war der. Wir haben jetzt vier Herzen.